Musik 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 Ich kann dich nicht hören! Musik Wenn die Rebellen diese Uplinkstation unter Kontrolle bringen wird es eng für unsere Kampfläufer Das dürfen wir nicht zulassen Laut unserer Scanner haben die Rebellen eine Uplinkstation aktiviert Musik 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 Mehr Leute als wir Musik Wir haben den Uplink der Rebellen unterbrochen Lassen Sie nicht zu, dass Sie ihn reaktivieren. Jetzt werden wir von Lord Vader unterstützt. Die Rebellen haben die Uplinkstation aktiviert. Wir müssen sie abgreifen. Lassen Sie nicht zu, dass Sie ihn rechnen. Die Rebellen haben den Uplink aktiviert. Vorrücken und abschalten. Lassen Sie nicht zu, dass Sie ihn rechnen können. Lassen Sie nicht zu, dass Sie ihn rechnen können. Rebellen werden aufgelenkt. Die Rebellen werden aufgelenkt. Lassen Sie nicht zu, dass Sie in der Karte kommen. Rebellen werden aufgelenkt. Lassen Sie nicht zu, dass Sie sich in den Karte kommen. Die Rebellen kontrollieren die Uplinkstation. Wir müssen sie deaktivieren, sonst nehmen uns ihre Y-Wing-Bomber aufs Torb. Unser Kampfläufer ist ungeschützt. Haltet die Rebellen von in fern. Die Schilde des Kampfläufers sind beschädigt. Lasst nicht zu, dass die Rebellen ihn zerstören. Rücksicht zu ihren Uplinkstationen vor. Sie werden uns zahlenmäßig überlegen. Laut unserer Scanner haben die Rebellen eine Uplinkstation aktiviert. Feindlicher Uplink deaktiviert. Sie beendet. Die Rebellen haben den Uplink aktiviert. Vorrücken und abschalten. Laut unserer Messungen ist der feindliche Uplink offline. Laut unserer Messungen ist der feindliche Uplink offline. Schilder. Schilder. Februar. Frau war in der Zeit. Du bist in der Zeit. Es ist schilder. Sie ist offen. Ich habe ein Konkurrenz. Sie sind kontrolliert. Wir haben ihr Signal unterbrochen. Macht weiter Druck auf diese Rebellen. Die Rebellen haben die Uplinkstation übernommen. Wir müssen sie deaktivieren, um einen Angriff ihrer Wildwings zu verhindern. Die Rebellen haben die Rebellen gehalten. Die Bomber der Rebellen haben unseren Kampfläufer als Ziel erfasst. Haltet die Augen nach Skywalker offen. Der Jedi wurde in der Nähe eurer Position geortet. Die Rebellen haben den Uplink aktiviert. Vorrücken und abschalten. Rebellenbomber an unseren LT-LT erfassen. Rebellen in der Zone. Informiert den Imperator, dass Skywalker erledigt ist. Die Bomber der Rebellen haben unseren AT-AT als Ziel erfasst. Feindliche Einheiten in der Nähe. Unser AT-AT wird von einem feindlichen Bomber anvisiert. Haltet sie auf nach feindlichen Einheiten auf. Die Rebellen haben die Ablegstation aktiviert. Wir müssen sie wieder abschalten, um unsere Kampfläufer zu schützen. Zielerfahrtungssequenz der Rebellen unterbrochen. Operationen wie geplant fortsetzen. Die Wild Wings der Rebellen greifen an. Vader ist eingetroffen. Mit ihm sind wir unbesiegbar. Der Kampfläufer braucht Schutz. Seine Schäde sind ausgefallen. Nein, Nam hat das Imperium verraten und wurde in der Nähe eurer Position gesehen. Ich will, dass er erledigt will. Haltet die Rebellen auf Distanz. Unser AT-AT ist noch für kurze Zeit ungeschützt. Zieh die Köpfe ein! Orbitalangriff! Rebellen ab links geortet. Vorrücken! Der Alien-Abschaum-Nein-Namp ist endlich Geschichte. Erzählt es allen! cki- acidfest! Der SERVE points gelegt. Der Sakheres elects corporationen haben. Der Sak minced々 und es ist vor Ortänen. Erzählt das später nicht mehr. Erzählt sie sich. Erzählt dieégier Zaun-nein-Nein-Nein-Nein-Nein-Nein-Nein-Nein-Nein-Nein-Nein-Nein-Nein-Nein-Nein-Nein. Erzählt die ganzen livres. Du läst Haven bestimmst die Grenzen. Feindlicher Y-Wing visiert unseren AT-AT an. Rebellen-Ablink deaktiviert. Die Rebellen haben die Ablink-Station aktiviert. Sie müssen sie abschalten. Deaktiviert die Ablink-Station. Ohne sie können die Wirings der Rebellen keine Luftunterstützung fliegen. Ein feindlicher Bomber hat unseren AT-AT als Ziel erfasst. Die Rebellen von Weizen. Das ist jetzt kein Weizen. Die Rebellenbomber nehmen unseren AT-AT-Aufs kaum. Haltet die Augen offen. Wacker ist in eurem Sektor. Rebellenabling gestört. Rebellenabling gestört. Die Rebellen haben die Uplinkstation aktiviert. Sie müssen sie wieder abschalten, um einen Angriff ihrer Wildings zu verhindern. Rebellen gesichtet. Wir haben ihren Uplink deaktiviert. Die Rebellenabling gestört. Das war's für heute. Die Bomber der Rebellen haben unseren AT-AT als Ziel erfasst. Gute Arbeit bei der Neutralisierung dieses lästigen Mookies. Die Bomber der Rebellen haben unseren AT-AT als Ziel erfasst. Rebellen schicken wir erst in das Feuer auf unsere Kampfläufer. Die Schilde des Kampfläufers sind beschädigt. Das Transportschiff ist in Reichweite des Kampfläufers. Feuer frei! Halte die Augen nach dem Wookie-Verräter Chewbacca auf. Keir! Weißer! Sichier! Weißer! Einer weniger! Gut! Die Panzerung des AT-AT ist schwer beschädigt. Der Verlust von Chewbacca ist ein schwerer Schlag für die Rebellen. Gute Arbeit! Untertitelung des ZDF für funk, 2017